Was lange währt, wird endlich gut. Nach mehreren Tagen intensiven Testens und mehreren Monaten intensiven Liegenlassens ist unser Test das wahrscheinlich teuerste Zielfernrohrs, das ich jemals in den Händen halten durfte. Endlich fertig. Wir haben das Glas mit der digitalen Feuerlösung an unsere Grenzen geführt und dementsprechend auch einiges zu sagen. Wir haben das Steiner mit einer Spurmontage mit 30 MOA-Vorneigung auf einen Remington 700 Police Kaliber .308 Winchester gebaut und damit auf eine maximale Entfernung von 1200 Metern geschossen. Bilder von diesem Testschießen können wir euch leider nicht zeigen, denn das Ganze fand auf einem Schießstand der Bundeswehr statt und da darf man nun mal leider nicht filmen. Aber wir haben sehr viel über das 5000 Euro teure Flaggschiff von Steiner Optics herausgefunden, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Los geht's! Auf jeden Fall ist das Steiner M7XI IFS ein Klopper. Filigran ist anders. Das Glas mit einer 4- bis 28-fachen Vergrößerung und Objektivdurchmesser von 56 mm wiegt ohne Montage stattliche 1150 Gramm. Lang ist es 39 cm. Wir haben von Steiner ein Glas mit G2B Mildot-Absehen bekommen, dazu aber später mehr. Es soll bis 20 Meter Druck wasserdicht sein, haben wir nicht ausprobiert, und funktioniert von minus 46 Grad bis plus 64 Grad. Also ob im Winter im nördlichen Norwegen oder mittags in der Sahara, das Zielfernrohr hält. 900 G starke Stöße soll das gute Stück auch aushalten. Also auch 50 BMG ist damit kein Problem. Wir haben ja nur Babykaliber .308 verschossen. Das Besondere an dem Zielfernrohr ist aber die sogenannte Intelligent Firing Solution. Ein Kästchen, in dem Sensoren und ein Ballistikrechner verbaut sind. Die Sensoren messen Umweltparameter und lassen diese direkt in die Berechnung einfließen. Gemessen werden Luftdruck, Temperatur und Neigung des Gewehrs im Raum. Das Zielfernrohr weiß also, ob man bergauf oder bergab schießt. Es kann sogar messen, wie weit sich die Erde unter dem fliegenden Geschoss während der Flugzeit dreht. Das alles wird elegant und bequem direkt ins Sichtfeld eingespiegelt, quasi wie ein Head-Up-Display. Die Anzeige besteht aus mehreren Reitern, die alle durchgeklickt werden können. Hier kann man im Computer auch sagen, welches Kaliber man gerade verschießt. Toll ist, dass man eine kostenlose App dazu nutzen kann. Gerade beim Einstellen sehr nützlich. So, was hat uns denn jetzt gut gefallen? Die Glasküte ist wie von Steiner nicht anders gewohnt, mega. Klar und scharf, ohne Verzeichnung. Man hat ein breites Sichtfeld mit feinem Absehen. Der Ballistik-Computer ist intuitiv und die App, sobald man sie verstanden hat, sehr gut. Schade nur, dass die Ballistik-Daten nicht direkt eingegeben werden können, also in der App. Die sogenannte First-Hit-Probability ist sehr hoch. Wir haben auf 800 Meter gleich den ersten Schuss die Fallscheibe getroffen. 1200 Meter Treffer mit 308 gingen problemlos. Die Qualität und Haptik des Glases ist extrem gut. Die digitale Anzeige scharf und klar ablesbar. Vielleicht einen Ticken zu dunkel auf der höchsten Einstellung. Aber wir waren an einem der letzten Spätsommertage draußen. Insofern. Jetzt zu den negativen Sachen. Und das sind leider mehr als wir dachten. Gerade in der Preisliga haben wir mit sowas nicht gerechnet. Mal abgesehen vom Preis ist das M7XI sehr schwer und klobig. Auf maximal 28-facher Vergrößerung verliert man sehr schnell die Orientierung. Und da das Absehen in der ersten Bildebene ist, vergrößert sich das mit und ist dann sehr grob. Ein Schützer an der Nebenbahn mit vergleichbarem kahles Glas hat ein wesentlich feineres Absehen. Und das bei gleicher Vergrößerung und auch dem Absehen in der ersten Ebene. Das Steiner frisst Batterien wie das Krümelmonster Kekse. Wir waren von 7 bis 16 Uhr draußen und haben drei AA-Batterien rausgelutscht. Und das Nervige? Die Daten der Türme werden nicht gespeichert. Das Batteriefach haben wir eh gefressen. Wieso macht man das auf die linke Seite des Glases? Als Rechtsschütze ist die Nase direkt vor dem Batteriefach. Bei einem Augenabstand von etwa 2 cm bei maximaler Vergrößerung bekommt man ständig eins auf die Nase. Und das bei 308. Wie soll das erst bei 338 Lapua oder 50 BMG sein? Dann hat der Scope keinen integrierten Entfernungsmesser. Bei ungeraden Abständen zur Scheibe nervig. Lasern, ablesen, einklicken. Und die eingestellte Entfernung und der Wind werden nicht in der App angezeigt. Schade. Das wäre echt cool für den Spotter gewesen. So, wer kauft sich das Steiner? Als Sportschütze ist das Scope bedingt tauglich. Dann hat man schon mal die Chance auf mehr als 1000 Meter zu schießen. Und für den 100 Meter Stand ist das Glas perlen vor die Säue. Jäger? Hm. Naja, im Ansitz vielleicht oder im Gebirge, wo Entfernungen über 500 bis 600 Meter nicht so selten sind. Aber hier macht sich dann das Gewicht negativ bemerkbar. Und handlicher wird der Gebirgsschützen damit auch nicht. Polizei und Militär? Dafür ist unserer Meinung die Technik zu komplex und unzuverlässig. Kaum ein Soldat wird im Feld das Scope mit dem Handy steuern wollen und alle drei Stunden die Batterie wechseln. Irgendwie ist das Steiner M7 XI IFS wie ein Ferrari in den USA. Die Leistung ist da, schöne Technik ist auch verbaut, die Qualität stimmt, aber ich darf nicht schneller als 60 Meilen die Stunde fahren. Der Haben-Faktor ist aber auch einfach groß. Der Mann! Der Mann! Der Mann! Untertitelung des ZDF, 2020